Ich bin unterwegs. Ich eile. Na los, hinunter. Und renn, in den Ring. Oh, jetzt geht's gleich um den Ring los, ne? Oh, jetzt geht's. Ja, schon. Naja, ich bin zu links. Ja, jetzt kommt die. In die edlen Teile. Oh, jetzt geht's hier wieder los. Oh, jetzt geht's hier. Oh, jetzt geht's hier. Oh, jetzt geht's hier. Oh, jetzt geht's hier. Okay. Oh, jetzt geht's hier. 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 Okay, wieder mal. Wenn ich hab zu schießen. Ja, mach ich. Danke. Ja, jetzt geht's hier. Oh, jetzt geht's hier. Oh, jetzt geht's. So, hier oben. So ist er. Nice. Ja, kommt Ende. Ja. Ach, das ist echt nett. Arbeite sie zu. Achtung! 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 Kommen sie von jetzt nebenüber? Achtung! 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 Ach, noch ein Loader. Wir haben Munition eingesammelt. Genau, bleib schön stehen. Und die 4 haben wir. Gleich. Ja. Ah, hier ist ein Schiff, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Ich habe meine Haffensparen. Ach, das ist ein Abfall. Dreadloader, nach Fuma. Ich habe meine Haffensparen. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist das? Was ist das? Danke. Wenn ich die Richtung sehe, greife ich zu. Dann haben sie den Rest gleicher verliehen. Kommt die 5. Kommt die da oben. Ja. 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 Ach shit. Ich schätze hab ich dich für mich selbst umgebracht. Ja genau, da bin ich. Danke. Ja. 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 Los geht's! Das ist seit meinem Dersicherung nie jeblich zu einem Zerang, dann! Ich hab kein Wurst gebeten! Jetzt raus! Ich habe schon einen Kumpel bekommen. Ich habe schon einen Kumpel, ich habe schon einen Kumpel. Ich schnurl Die Fliegenabwehr Das ist doch so ein... ...schliegenabwehr Siehst du? Da unten ist er Naja Komm jetzt mal hier! Das ist mir jetzt zu fett, jetzt packst du mein Raketenwerfer aus. Das ist aber auch krass, du Raketenwerfer. Das war doch kalt. Oh, das ist noch ein Loser irgendwo. Das ist ein bisschen leer. Ja, hier aber nicht woher. Ich glaube, ich hätte keine Milizierung mehr von mir gegeben gehabt. Oh, shit. Oh, shit, shit. Das ist da oben, lieber. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass es so schnell geht. So, jetzt haben wir mal bitte zurück ein. Wenn dir irgendwas schönes an Waffen schilden, sagst du Bescheid? 13.000 Scharfschütze oder das ist alles? Naja 146.000 Raketenwerfer Naja Ich bin doch jetzt mittlerweile noch ein bisschen wählerisch geworden Naja Du kannst auch noch mit dem verkaufen Ja, ich bin doch ein bisschen mehr von dem verkaufen Na, aufheben, komm Wann hebst du denn nicht auf? Ja, ist noch ein Blu-Iridium für dich Das ist doch langsam reichen, ne? Naja 76 habe ich Wieviel brauchst du? 100 100 Na ja Naja Großer Gott So Ich bin feil Wie immer Ich feil Komm her vorne hoch Machen Schild dabei Na gut Wenn ich das weiß Und du läufst endlich vom Weg Dann Hebe ich das auf Haben wir ja beim Artefakt auch gemacht So Na gut Da komm ich auch mit Komm Komm ring Das hier noch Kaufen wir noch den ganzen Mist Lösen ein Fahren in die Hauptstadt Und Dann ist die Aufnahme Zu Ende Lass mich wissen Wenn dir etwas ins Auge fällt Ich verzehrer gesießen Umarmung ist nichts Werfen Ich hab sie Du brauchst sie Seine blaue Ach gar nicht Scheiß drauf Mist nicht Ich hab sie Gucken wir noch mal, dass wir noch nichts kaufen können, was wir noch brauchen. Kein Sternchen vorbei. So, das ist raus hier. Na ja. Na ja, sagste. Na ja. Wie immer. Wie immer. Mal kurz gucken, aber... Ja, guck mal. Ich hab noch zwei offene Aufträge, dann bin ich auch komplett fertig. Kuntenservice von Armageddon. Also, jetzt fahren wir von... Na ja, gut. Die zwei, die du liebst. Ja, die zwei liebe ich wie Sau. Das mach ich auch nicht. Weil ich die schon im normalen Modus schon alle gemacht hab. Muss ich sie nicht noch mal machen. Vielleicht irgendwann mal zu dritt sind oder so, wisst ihr? Also noch mal einen Angriff nehmen. Ja, also, wie gesagt, mit Wapps. Klingt das sogar ganz gut. Ja. 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 Ja, bei... Bei Kundenservice, wie sie... Bei Kundenservice ist das ja einfach. Aber das Armageddon, das sind ganz schön... Das sind ganz schön weite Wege. Ne, aber... Es geht in zwei Richtungen. Und... Also, wir haben das Verhältnis nicht gut gepackt. Ja. Na, mal sehen. Hm. Also, für heute würde ich das mal... Was sagst du? Ich sag, für heute würde ich das mal Schluss machen wollen. Ja, ich fahr jetzt... Wir waren jetzt immer in der Hauptstadt und dann machen wir's los. Ja. 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 So, bei mir speichert er gerade. Wie sieht es bei dir aus? Speichert auch. Jetzt nicht mehr. Ich bin noch nicht mal aufgestiegen. Tja, das heißt, du musst jetzt im Ultimativen spielen, sonst schreckst du es ganz, das dauert es ewig. Obwohl, es hat ganz schön was gepackt. Also es fehlt ein einziger Balken noch, finde ich 52. So, na gut. Ganz schlecht ist es auch nicht. Ja, dann ist die Tage. Danke. Warten wir mal mit den DLCs anfangen, ne? Ja, machen wir. Ich bin ja oft bis schnellgierig. Machen wir. Ich weiß nicht, was mir am meisten Angst macht. In welchem Modus willst du besser gespielt? Gleich richtig heftig? Nee, auf dem Modus. Kammerjäger-Modus. Ganz. Ja, denke ich auch. Denn wenn wir das ganz heftig spielen, ich glaube, das wird dann zu anstrengend. Wollen wir noch ein bisschen Spaß haben. Nein, nein, ist ja richtig. Deswegen gute Idee. Also auf normalen hat es keinen Sinn, dann marschieren wir durch, als wäre kein Gegner da. Oder wir brauchen hier eine wahre Kammerjäger-Modus, das ist schon nicht schlecht. Na, alles klar. Dann, bis die Tage. Bis dann, ja. Bis dann, ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017